5.8.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es ist jetzt 17.37 Uhr, Bitcoin ist seit gestern 1000 Punkte plus knapp 1000 US-Dollar sind wir über die Nacht gestiegen. Geflügelt nochmal vom US-amerikanisch-chinesischen Trade War, der jetzt wieder auf eine neue Eskalationsstufe zurattert. Die globalen Märkte sind in Aufruhr, Gold steig, Bitcoin steig, Silber steig, generell Bonds steig. Die Indizes fallen aus allen Wolken, der DAX ist jetzt knapp 7% down seit Juli. Also die Finanzmärkte ziehen langsam an Volatilität, die Währungsmärkte haben Volatilität, der Kryptomarkt hat Volatilität und es gibt jetzt eben einiges Interessantes zu kommentieren in diesem Video. Wir gehen auch kurz auf Altcoins ein, da ich relativ oft die Frage gestellt bekomme wegen Altcoins. Kurz am Anfang schauen wir uns den Bitcoin-Dominanz-Chart an, ein längeres Altcoin-Video müsste man dann separat noch machen. Wegen dem Livestream von gestern, ich konnte ihn leider nicht machen, da ich ziemlich heiß wir hatte. Ich hatte es in meiner Telegram-Gruppe angekündigt und auch auf Twitter. Hätte wenig Sinn gemacht, da jetzt 1-2 Stunden Stream zu machen, wenn meine Stimme eh schon nicht so gut ist. Man hört es glaube ich immer noch. Ich will jetzt trotzdem einen kleinen Wochenausblick machen, da ich die Preis-Action oder die Preisbewegung ziemlich für relevant empfinde. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt auch und wir starten mit dem eigentlichen Video. Und ja, Stichwort Bitcoin-Dominanz. Wir haben im Dezember 2017 dieses High gesehen an Bitcoin-Dominanz bei knapp 66%. Das haben wir jetzt gebrochen mit 67,72%, die wir momentan hier gerade haben, laut diesem Chart. Das zeigt schon ganz eindeutig das Sentiment des Marktes momentan. Der Markt ist momentan voll aus auf Bitcoin und ja, so gut wie gar nicht auf Altcoins. Wenn wir jetzt einzelne Projekte wegnehmen, wir haben Chainlink gesehen, der einen extremen Anstieg hat. Wir haben auch REN gesehen, der momentan auch so ein Hypecoin ist. Also REN und Chainlink, so die Ausnahmen des Altcoin-Marktes, die Bitcoin ziemlich outperformed haben und die auch den Markt outperformed haben. Die anderen Coins, ja, im Vergleich zu Bitcoin, wenn man die Bitcoin-Charts ansieht, sehen nicht so rosig aus. Und auch hier wieder das Bild auf der Coin-Market-Cap-Übersicht. Bitcoin 8% im Plus, die meisten Altcoins weniger für die Leute, die schon länger dabei sind. Früher hatten wir eigentlich immer so die Korrelation, Bitcoin im Plus heißt als circa das Doppelte, oft sogar Dreifache im Plus. Das heißt, 5% Bitcoin hieß meistens 10 bis 15% Plus für die Altcoins. Generell auch im Umkehrschluss natürlich. Minus 5% Bitcoin hieß auch minus 10 bis minus 15%. Diese Korrelation haben wir jetzt so nicht. Jetzt haben wir im Regelfall, dass wenn Bitcoin 5% macht, die meisten Alt 2 bis 3% machen. Wenn Bitcoin aber auf 5% fällt, fallen die meisten Alt trotzdem 5 bis 10%. Das Sentiment ist nicht pro Altcoins. Und ich kann auch gerade momentan nicht wirklich eine Aussage dazu machen, wann das Sentiment zurückkommt. Fakt ist, die Nachfrage nach Bitcoin ist gegeben. Die Nachfrage nach Bitcoin ist groß, aber es scheint so, als wären die meisten Investoren nicht interessiert an einem Großteil der Altcoins. Ich glaube dennoch, dass wir immer noch eine kleine Hype-Phase für Altcoins erleben werden. Spätestens wenn wir ein Bitcoin-All-Time-Hype rechnen, auch in Bezug mit dem Halving, werden wieder viele neue Leute in den Markt kommen. Und die werden im Regelfall natürlich auch erstmal Coins kaufen, die für sie relativ gesehen günstiger aussehen als Bitcoin. Gerade wenn Bitcoin dann schon über 20.000 Dollar wäre. Ist natürlich ein schwacher Use-Case, muss man sagen. Wenn die einzige Aussicht für Besserungen jetzt eigentlich darauf liegt, dass neues, dummes Geld in den Markt fließt, ist nicht gerade rosig. Ich gehe ja dennoch davon aus, dass wenig Altcoins trotzdem überleben werden. Wäre aber ein Thema für ein eigenes Video. Die meiste Zeit geht es bei mir ja nur um Bitcoin, wo auch mein Hauptfokus drauf liegt. Aber generell mal ein kurzer Kommentar zum Altcoin-Markt, zum Beginn dieses Videos. Und wir switchen jetzt hier zum Bitcoin-Chart. Links Bitcoin gegen den US-Dollar, rechts der Euro gegen den chinesischen Yuan. Und wir haben hier heute Nacht schon wieder eine sehr, sehr interessante Korrelation gesehen. Die beiden Märkte haben sich nämlich zeitgleich bewegt. Der Euro ist knapp 2% gegen den Yuan angestiegen. Und der Bitcoin, in dem Fall mit dieser Kerze, wir messen sie auch kurz aus, 6%, 7% natürlich um einiges mehr nochmal. Aber es ist schon wieder sehr interessant. Ihr wisst ja, wir gehen auf meinem Kanal immer so den Spuren nach der globalen, ja, haie globalen Finanzmärktwahl und der globalen makroökonomischen Ereignisse. Und da muss man sowas auch ganz klein betracht ziehen. Die Flucht aus China ist groß. Die Flucht an chinesischen Huans ist groß. Und die Frage ist, wo fließt dieses Kapital hin? Wir können uns auch den USD-CNH-Chart anschauen, also den Dollar gegen den Yuan. Und auch hier sehr, sehr interessant zu beobachten, wie dieses High, das wir seit 2016 halten, wir haben hier im Jahr 2016 diese 7-Dollar-Grenze nicht mehr überschritten, also die 7-Dollar-Grenze, die so stark gehalten hat. Und wir haben heute diese Eskalation gesehen, zeitgleich wieder mit dem Bitcoin-Run, auch genau gleich mit dem Euro-Run. Und ja, es ist sehr interessant. Ja, ihr könnt euch das Ganze auch gerne mal selber ein wenig durchgehen, die Chronologie dieses Trade Wars. Fakt ist, seit der Trade War eskaliert, steigt Bitcoin. Seit die FED angekündigt hat, die Zinsen nicht mehr zu steigen, steigt Bitcoin. Bitcoin, seit der Gold-Bullenmarkt wieder eingeläutet ist, sozusagen, steigt Bitcoin. Und dazu ist ja noch gesagt, wie im Intro, dass die Altcoins eben nicht steigen. Das heißt, es ist kein Krypto-Bullenmarkt an sich, es ist kein Retail-Bullenmarkt, wo irgendwelche Leute wie wir, also wie du und ich, von zu Hause aus Altcoins kaufen oder von zu Hause aus Bitcoin kaufen. Es scheint irgendwie ein größerer Demand zu sein, eine größere Nachfrage zu sein nach Bitcoins, die zeitgleich mit diesem Trade War existiert, die zeitgleich mit dem Goldanstieg zusammenhängt, die zeitgleich mit diesem Risk-Off sind, die man zusammenhängt und die wirklich meiner Meinung nach etwas ist, worauf man ein Augenmerk legen sollte. Das ist für mich kein Zufall und es ist auch gezielt eine Kapitalflucht hier in Bitcoin vorhanden. Und gerade noch ein kurzer Blick zum Wochenbeginn auf die anderen Märkte, auf die Indizes. Der Dow Jones verliert hier auch massiv an Wert. Der DAX hat, wie gesagt, seit Juli knapp 7% verloren, was ja wirklich extrem viel ist im Aktienmarkt. Das wäre ungefähr so viel, als würde Bitcoin mal 30 bis 40% verlieren. Dow Jones fallt hier weiterhin aus allen Wolken. Wir schauen uns auch ganz kurz Gold an, um vielleicht wieder eine Korrelation zum Bitcoin zu spotten. Gold hat das High jetzt gebrochen hier. Wir sind über diesen Bereich jetzt gestiegen und hier sieht man auch schon wieder diese Volatilität. Wir haben hier diesen Dump nach unten, der hier sofort aufgekauft wird. Und auch Bitcoin hängt weiterhin unter der Resistance und verkauft momentan noch nicht ab. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch konkret an. Und jetzt kommt auch noch die eigentliche Bitcoin-Analyse. Ich habe es leider noch nicht geschafft, eine neue Position in diesem Markt zu öffnen. Ich bin selber ziemlich auf dem kalten Fuß erwischt worden oder auf dem falschen Fuß, um es richtig auszudrücken, mit diesem Run. Ich hätte mir nicht gedacht, ich hätte mir wirklich nicht gedacht, dass wir so schnell, so stark steigen. Aber es ist jetzt auch fundamental beflügelt und weniger technisch. Also ganz klar, der Driver sind die Trade War Talks. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist der nächste Einstiegszeitpunkt? Und generell versuche ich das, wie immer, so simpel wie möglich zu halten. Wir haben hier den Support gesehen bei 9100. Haben jetzt hier am 3-Tages-Chart diese starke Resistance gehabt. Wir haben hier Support, hier Support, hier Support. Ihr seht das ganz gut. Wir brechen hier drunter. Der Markt will hier drüber brechen, schafft es nicht. Will hier drüber brechen, schafft es nicht. Verkauft dann mit dieser neuen 3-Tages-Kerze hier ab. Und jetzt das erste Mal wieder über diesem Level seit dem 9. Juli. Also knapp seit einem Monat sind wir jetzt wieder über, oder seit dieser einen Monat verstrichen ist, sind wir jetzt wieder über diesem 10.700er Level. Das ist eines der wichtigen Level, die ich im Auge halte. Also sollten wir wirklich stark fallen, wovon ich jetzt momentan schwer ausgehen kann, wäre 10.800 einer dieser Level, wo ich sehr stark interessiert wäre zu kaufen. Der Daily Chart ist jetzt hier extrem interessant, da wir eben in diesem sehr, sehr starken Resistance Cluster sind, theoretischerweise. Wir haben hier den Range Point of Control gesehen, wenn wir uns das Ganze von diesem Bereich zu diesem Bereich anziehen. Das heißt, ungefähr in diesem Bereich, ich habe es hier nur ein wenig angedeutet, damit man ungefähr weiß, wo dann das Volumen getradet wurde. Hier sind wir jetzt gerade angelangt. Der Markt scheint aber auch noch nicht von hier ab zu verkaufen. Das heißt, die Nachfrage ist momentan noch sehr stark, wenn wir uns auch diese 12-Stunden-Kerze ansehen. Wir haben hier das 62% Retracement Ratio von diesem Punkt zu diesem Punkt. Der Markt hat noch kein Interesse daran, hier abzuverkaufen. Wir können auch das 70,5% und das 79% uns anziehen, was so die nächsten Anhaltspunkte wären. Die nächste starke Resistance wäre wirklich erst bei 12.600, sollten wir hier keinen größeren Abverkauf sehen. Und das ist auch momentan so die Frage, die ich mir stelle. Wir sind hier hochgekommen, wir hatten hier eigentlich starke Resistance und es ging ja hier schon los. Eigentlich starke Resistance, der Markt verkauft ganz, ganz kurz ab, wird sofort wieder aufgekauft und sofort wieder das nächste Leck nach oben. Das Ganze sehen wir hier, diesen Anstieg. Hier der erste Anstieg. Und hier wieder das gleiche Preisverhalten wie hier. Wir haben hier unten diesen kleinen Abverkauf, sofort durch die Resistance durch. Wir haben hier diesen kleinen Abverkauf, sofort durch die Resistance durch. Und wir haben jetzt auch wieder hier nur einen sehr kleinen Abverkauf. Das heißt, der Markt ist oder trifft auf extrem starke Resistance, aber er verkauft nicht ab. Die Bullen halten den Markt um und die Nachfrage ist momentan auch noch sehr, sehr groß, was wir auch gleich auf den niedrigen Timeframes sehen werden. Die EMAs sind ganz interessant. Wir haben jetzt alle wichtigen EMAs wieder unter uns. Die 20er, die 50er, die 200er sind alle hier gecrossed. Das heißt, wir haben die auch als Support unter uns. Dieser Bereich hier sollte auch ein starker Support dienen. Das heißt, meine nächste Kaufzone für diese Woche wäre, wie schon im Intro bereits angekündigt, 10.800. Verkaufen will ich hier erstmal nichts, bevor ich kein gutes Signal bekomme oder bevor ich kein gutes Signal sehe. Sollte ich hier eine Position finden, werde ich sie auf alle Fälle auf den Schritt erteilen. Fakt ist, wir haben hier zwar Resistance, aber keinen Abverkauf. Das gibt mir keinen Entry. Das Ganze sehen wir auch am 15-Minuten-Chart. Aber hier wäre meine Range, wo ich gesagt habe, wenn wir hier drunter schließen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht einen, zumindest einen Short-Scalp in den Markt kriege, dass wir vielleicht diese Ineffizienz nach unten füllen, bevor wir den nächsten Anstieg sehen. Aber das Signal ist noch nicht da. Also wir sehen es ganz eindeutig. Wir kommen hier zurück auf diese Range und die Nachfrage ist sofort wieder da. Sobald wir hier raufkommen, kommen die Käufer wieder rein, drücken den Markt wieder nach oben und jetzt halten wir uns zwischen diesen zwei Ranges auf. Was bleibt schlussendlich zu sagen? Es sieht bullisch aus, die Wochenkerze sieht bullisch aus, die Tagespreisstruktur sieht bullisch aus. Es könnte natürlich von hier ein kleiner Pullback kommen, es könnten Verkäufe in den Markt kommen, solange wir diese Zone jedoch halten, die 10.300-Zone am Daily-Chart, beziehungsweise Intraday sogar die 10.800-Zone wäre zu präferieren für ein größeres bullisches Szenario, ist alles im Grünen. Ich gehe dann davon aus, dass wir das Jahreshoch wirklich zeitig aus dem Markt nehmen könnten, denn sobald wir hier drüber sind, ist im Regelfall nicht mehr viel. Wir haben hier dieses High, wo wir drüber rennen könnten, das wäre bei 13.200 und daneben ist nur noch dieser Punkt, wo der Markt wohl oder übel hinsehen wird, sobald wir diese Zone brechen. Habe ich einen Entry von hier? Leider nein. Sollten wir zurückkommen. Hier wäre ich interessiert daran zu kaufen. Sollten wir drüber schließen, wäre ich hier interessiert zu kaufen. Das ist meine Strategie. Meine Strategie gibt hier jetzt in dem Moment nicht wirklich einen Einstiegszeitpunkt her und ich muss einfach abwarten. Bin selber schon ziemlich ungeduldig, da jetzt ein sehr, sehr großer Preisschub passiert ist und ich nichts machen kann außer warten. Ich hätte gestern hier einen Entry gehabt in diesem Bereich, weil wir diese Range gebrochen haben, aber mir hat erstens die Zeit nicht gepasst und zweitens auch die Struktur am höheren Timeframe. Wir haben zwar hier gesehen, wie der Markt hier drüber kommt, wäre theoretisch ein simples Break-and-Retest-Setup, aber erstens, es war sehr, sehr spät, das heißt, ich hätte den Trade übernacht halten müssen und zweitens, wir waren gegenüber dem Higher-Timeframe, waren wir an Resistance, das heißt, es ist kein Punkt, wo ich eigentlich kaufen möchte. Die Alternative wäre gewesen, hier zu kaufen, das wäre das gleiche Setup gewesen, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, das heißt, hier der Schluss unter dieser Range, sobald wir drüber sind und in dieser Range schließen, wieder der Kauf, leider hier kein Retest, diesen Retest konnte ich dann nicht mehr nehmen und ja, dann ging es ziemlich schnell über Nacht mit dem Abverkauf des Juans und auch dem Anstieg des Bitcoins und jetzt ist es einfach nur abzuwarten. Schluss hier drunter, könnte es eigentlich bekannt sein, sobald wir das hier als Resistance bestätigen, könnte man eventuell auf einen Short hoffen, auf einen kleinen Short Skype, damit man mal den ersten Trade diese Woche in den Markt bekommt, ansonsten muss man einfach geduldig sein, ja. Es bringt nichts. Es bringt nichts, hier irgendwas zu rushen, irgendwas zu experimentieren. Die Resistance ist zwar gegeben, aber wir haben keine Signale noch von Verkäufern, es war bis jetzt jedes Mal Resistance vorhanden, aber der Markt hat nie wirklich abverkauft, dementsprechend ist es auch hier gefährlich, einfach, ja, so Sales in den Markt zu drücken. Natürlich kann man seinen Stopp über dieses High setzen, aber würde euch es wundern, wenn wir noch einmal kurz über diese Highs gehen, bevor wir einen größeren Abverkauf sehen. Mich persönlich würde es nicht wundern, dementsprechend bleibe ich bis auf weiteres draußen. Sollte ich irgendwas erkennen, was mich dazu, ja, was mich davon überzeugen würde, doch in die Position zu nehmen, werde ich das auf Twitter posten, ich werde euch auf dem Laufenden halten, bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für eure Likes und bis zum nächsten Video, euer Chris.